wir haben hier unten prestigekleidung finden und das zeigt es hier an bei hintertan und das machen wir von der hochweidenwarte aus ich finde die prestigekleidung in den hochweiden tag ist gekommen der morgen kommt wir sausen ab in den hochweiden wo soll das sein hintertan irgendwas höre ich hier ein ring des manos position erreicht edelstiefel prestigekleidung das ist sie edelhosen edelhandschuhe gewand und stiefel gut dann sausen wir ab oh das geht nicht aus dem jasma raus wir müssen zuerst mal in die frische luft dann haben wir noch prestigekleidung finden in burg erstein wir haben zum glück gerne schnell reise punkte geht der schlüssel muss mit zu burg erstein ansonsten geht diese quest glaube ich nicht zu lösen wir haben noch mal auf hier ihr sie aber es ok wo ist es hier unten ist es doch ohne schlüssel möglich ich weiß es nicht nein ich glaube nicht oder ist es schon abgeschlossen prestige kleidung als schuhe krone wams und stiefel wir hauen ab hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020